Willkommen zurück meine lieben Freunde zu einer neuen Folge von Creepers Rache bzw. Creepers Revenge Und ja, in der letzten Folge keinen einzigen Wolleblock gefunden, elendig verreckt sind wir, wir sind einfach runtergefallen, aber vom feinsten Weil wir diese überkrasse Mobinsel einfach mal erkunden wollten, ich weiß es war lebensmüde und dumm von mir, Freunde, es tut mir wahnsinnig leid Aber trotzdem geht es natürlich heute wie gewohnt weiter Gott sei Dank hatten wir noch ein paar Ausrüstungsgegenstände in der Kiste dort hinten gelagert So dass wir auch relativ gut ausgerüstet sind Heute wollte ich auch ein paar Tipps nachgehen, also viele meinten, ich sollte in den Öfen mal nachgucken, die da hinten waren Sollte mal hier auf der Safe-Insel sozusagen oder auf der Home-Insel Moment, jetzt fallen meine Kopfhörer fast schon runter Ähm, wenigstens mal die Mobspawner da abbauen, damit das mal ein bisschen safer ist und nicht ganz so auf die Nerven geht Wenn das so tausende von Mobs einfach spawnen Deswegen werden wir das jetzt ganz schnell machen, also hier auf dieser Insel nehme ich mir jetzt einfach mal die Dreistigkeit heraus und baue Hier war doch eigentlich ein Mobspawner, hier Und baue die Mobspawner tatsächlich einfach mal ab Ähm, ja, damit das sozusagen wirklich die Home-Insel ist und hier dann auch keine Mobs mehr so in Übermengen spawnen Klar, vielleicht werden hier nur die ein oder anderen Mobs natürlich spawnen Also wirklich nicht natürlich, also selbstverständlich, sondern natürlicherweise spawnen Ähm, weil es halt dunkel ist, aber sobald es gut ausgeleuchtet ist, dürfen die auf jeden Fall nicht so viele Leute spawnen Leute vor allem, alles klar Ähm, und deshalb bauen wir die hier einfach mal ab Es haben sehr viele in die Kommentare geschrieben, deswegen mache ich das so einfach mal Ich tu mal kurz, ups Ähm, das verrottete Fleisch noch da rein Außerdem haben wir ein Pilzkuh-Ei und das werde ich auch dem Tipp nachgehen Äh, hätte ich auch selber drauf kommen können Wir bauen jetzt einfach nochmal ein bisschen Holz ab Haben wir noch irgendwas da drinne? Haben wir nicht, okay Weil dann machen wir uns mal eben, ähm, Zaun Also bauen wir jetzt einen Zaun, dann können wir die Pilzkuh nämlich da einsperren Und können dann auch mit Schalen sozusagen, mit Schalen vor allem Doch mit Schälschchen, ja Können wir uns dann eine Pilzsuppe jennen Wenn wir dann auf die Pilzkuh klicken Dann können wir die, vielleicht finden wir ja noch ein Spawn-Ei, damit wir die paaren können Und dann werden wir tatsächlich, ähm, ja sozusagen eine unendliche Nahrungsquelle haben Aber, ich überlege gerade, ob wir das nicht lieber nachts machen auf der Safe-Insel Und jetzt den Tag dafür nutzen, einfach mal auf diese Sand-Insel hinten zu kommen Ich glaube, das wäre tatsächlich etwas schlauer Haben wir denn noch eine Schaufel? Wir haben keine Schaufel Das ist natürlich doof Wir machen zwar eben eine Schaufel, bauen ganz viel Erde ab Und, äh, bauen uns dann auch rüber schnell zur, zur Sand-Insel oder was das da hinten ist Um dann auch, ähm, mal zu gucken, was da so drin ist Vielleicht finden wir ja endlich nochmal einen neuen Wolle-Block Das wäre natürlich auch nicht so schlecht Und, ja, ich habe überlegt, nicht am Stück aufzunehmen Weil ich das gerne mache, dass ich am Ende noch was sage So, ja, hoffentlich hat es euch gefallen Und, ja, das und das machen wir dann in der nächsten Folge Deswegen habe ich mir so einen Timer gestellt Ich hoffe, das stört nicht Aber, ähm, ja, ist jetzt die dritte Folge Und es kam relativ gut an Das freut mich auf jeden Fall Ich finde es einfach cool, wenn zwischendurch mal was anderes kommt Keine Ahnung, wie ihr das so seht Ähm, ja, dann sieht man auch meine nicht vorhandenen Minecraft-Skills Keine Ahnung, vielleicht denkt man so, ich bin der übelste Pro Aber in Wahrheit bin ich auch noch ein stinknormaler Minecraft-Zocker Der jetzt auch nicht die übelsten Fach-Skills hat Klar, hätte ich hier Redstone-Leitungen vom Feinsten oder Redstone verfügbar Würde ich hier krasse Leitungen machen Aber, ja, wenn es ums Überleben geht Dann bin ich manchmal echt tatsächlich ein bisschen blöd im Kopf Anders weiß ich, ob man es blöd nennen kann Es ist halt irgendwie unüberlegt meistens eher Aber, ich finde, das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen menschlicher Und auch ein bisschen, ja, lustiger vielleicht Keine Ahnung Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht Aber wir bauen es jetzt einfach mal da rüber Ja, beinahe hätte ich jetzt schon R3 gedrückt Dann wären wir aus dem Sneaken rausgegangen Dann hätten wir nochmal meine Dumme eingehen Das ist natürlich auch traurig Traurig, muss ich zugeben Ja, ähm, habe ich irgendein Thema? Ehrlich gesagt, gar nicht Vielleicht können wir ja auch nochmal über Updates reden Weil ich mich hier gerade hier rüber baue Ich kann leider keinen Fast-Bridge oder wie die Scheiße heißt Das würde ich auch gar nicht können Wo man hier, boah, krasser Scheiße Jetzt voll der Skiller auf jeden Fall Ähm, ja genau, über das Update Da unten ist ein Hase Oh, da ist schon der erste Mobspawner Und da ist der Hase Der jumpt einfach mal hoch Krasser Scheiße auf ihn Oh mein Gott, wir kommen ja gar nicht zurück Okay, da ist natürlich genug Erde Die bauen wir ganz kurz ab Bevor wir die Kiste da unten looten Ich habe da schon eine Kiste gesehen hinten Vom Weiten aber schon Und ja, Updates, genau Also, wir haben jetzt heute den 13.03. Und ich denke mal als nächstes Also, es dürfte jetzt gar nicht mehr so lange dauern Dass mal wieder ein neues Update rauskommt Weil es sich wieder irgendwie so anbahnt Dass wieder was kommt Okay, das ist eine Kiste Moment, ich muss kurz aufhören zu reden Oh, okay Noch eine Pilzkuh Warum sollten wir Mobs erzeugen? Frage ich mich Ich nehme die Eier mal gar nicht mit Ehrlich gesagt War eigentlich noch eine Kiste Was denn da? Keine Kiste Aber da hinten war nur eine Kiste Okay, dann bauen wir die auch nochmal ganz schnell ab Oh, die lila Wolle Alles klar Wenigstens haben wir eine neue Wolle gefunden Das ist doch wenigstens mal etwas erfolgreich Muss man zugeben Aber ich kann mir gut vorstellen Dass hier irgendwo noch eine Kiste ist Ehrlich gesagt Aber was denn das da oben? Das wollte ich auch noch wissen, ne Freunde? Also das Vielleicht ist noch eine Kiste Krasse Scheiße Okay, bevor es dunkel wird Machen wir das alles noch schnell Und TNT Okay, nehmen wir einfach mal mit Will ich mich nicht verantragen? Geschwindigkeit, Regeneration Ja gut Das ist natürlich ganz gut Ich nehme mal die Kiste direkt mit Damit wir die Kiste da hinten noch erweitern können Um ein paar Slots Aber Es sieht so aus Als wäre da oben ganz viel Erz einfach Ich sehe da Kohle Eisenerz Ich weiß nicht Viele sind da auch noch Dias drin Schaffen wir das, Freunde? Ich baue erstmal hier so eine kleine Treppe Damit wir hier wieder hochkommen Oh, Freunde Ich sehe es schon kommen Hoffentlich schaffen wir das hier alles rechtzeitig Um hier wegzukommen Wo ist denn da? Das ist auch noch eine jute Höhe Hier muss man zugeben Also im echten Leben Könnte ich halt auf jeden Fall hier nicht machen Also Höhenangst ist vom Feinsten Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall Ich kann mal einfach schnell mit Sand machen Okay, fuck Wir haben keine Schaufel mehr Ich weiß nicht, ob wir das schaffen Aber ich will ehrlich gesagt gucken Was da oben noch drin ist Wenn ihr jetzt Dias drin sind Ist es schade Weil wir haben keine Eisenspitzhacke Aber wir brauchen noch Eisen Erz ehrlich gesagt Also wir brauchen noch wieder Eisen Oh, fuck Ja, okay Okay, das war es dann Und auf Wiedersehen Heilige Scheiße Alter, Finne Alter, Finne Nee Alter Nee, Mann Warum tun die das denn immer? Warum tun die das immer, Freunde? Wie soll man das schaffen? Alter Wieso? Drei Fragen Erstens Wie schnell wird es dunkel Und fängt es an zu pissen? Das war die zweite Frage Schon inbegriffen Drittens Warum knallt die ganze Insel Mit 20.000 Mobspawnern zu? Freunde Wie soll man das dann schaffen? Du hässiger Witzbold Mann Mann Na, okay Wir sind wenigstens nicht runtergefallen Das heißt, wir kriegen unser Stuff wieder Ach du Kacke Wie soll ich das denn machen, Freunde? Oh, Mann Das ist schon traurig Oh, jetzt spawnen die auch noch hier Da könnte ich echt kotzen Vielleicht sind auch ein Enderman Wollt ihr nicht direkt noch irgendwie Einen Gaster spawnen lassen oder so? Meine Fresse, ey Das ist doch nicht mehr normal Okay Okay, okay Da ist unser Stuff Schaffen wir das? Das versuchen wir aber, Mann Verpiss dich mal kurz, Kollege Creeper Du könntest auch Oh, komm Wir machen das Schnell 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 Der hat einfach ein Eisenschwert Aber sonst geht es dir gut, Kollege Oh, schnell 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 Lauf doch, du Fettsack Boah, Freunde Ich habe Angst Aber wir haben ganz viele Sachen wiederbekommen Warum regnet es eigentlich immer noch hier? Vor allem Klar Es donnert Es blitzt Es regnet Es stürmt Was denn noch alles Oh, du Scheiß Wegen dir kann ich jetzt nicht rüberklettern, Mann Stop Hilfe Schnell Boah, Freunde Das wäre echt Also Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles wiederbekommen haben Ehrlich gesagt Boah Ich muss mal Kopfhörer Aufsetzen Damit ich auch mal was höre Echt mal mit Games Das ist was ganz Neues Bei mir im Let's Play Es war ein bisschen verzögert Aber was soll's Okay Ich denke mal nicht, dass wir alles wiederbekommen haben Uns fehlt der Helm Uns fehlen die Schuhe Wir haben aber ein Eisenschwert auf einmal Hatten wir eins Hm Oder ich bin so dumm Hat es einfach nicht wiederbekommen Das kann natürlich auch gut sein Oh, Freunde Dass ich jetzt einfach wieder verreckt bin Das nervt Ehrlich, Freunde Es nervt einfach Haben wir das Holz noch? Okay Wir haben nicht alles wiederbekommen Das werden wir natürlich alles noch holen Wir haben noch Ein Wolf Okay Der kann es natürlich auch Okay Das ist eigentlich perfekt Das ist schwarze Wolle Schade Wir haben keine Kohle Super Super, super, super Ja Die ganzen Tränke tun wir auch mal kurz da rein So Das brauchen wir auch nicht Die schwarze Wolle Äh, die Lieder Eine Wolle können wir platzieren Die Lieder Purple Genau Purple So Haben wir das auch schon mal Drei Wolle Blöcke Haben wir schon mal Zombie Du kannst gerne rüberkommen Wenn du sterben willst Okay Die zwei Tun wir auch mal da rein Eine Kuh Das ist eigentlich gut Wir brauchen Weizen Das heißt Wir brauchen Knochenmehl Genau Das war auch ein Tipp Vielen Dank Dafür hätte ich auch selber drauf kommen können Knochenmehl Um dann halt Weizen sozusagen Alter, Freunde Das ist doch echt Aber hier ist doch nirgendwo Gras Wie soll man denn da rankommen? Und die Knochen brauchen wir eigentlich auch für die Wölfe Ach du heilige Scheiße, Freunde Aber ich frage mich gerade echt irgendwie Warum ist es hier so oft am Regnen Am Donnern Weiß ich nicht was Also das ist ja echt scheiße Und warum hat der die Bäume selbst gebaut? Das habe ich ja noch nicht probiert Oh, Freunde Was für eine Kackfolge Vielleicht werde ich das auch cutten Bis es wieder Tag ist Damit es so ein bisschen produktiver Warum ist es so hell? Hört es auf? Gott, erhörst du mich? Das wäre super Wir bauen das hier alles mal ab Auf die Kiste da oben So Also es soll einfach aufhören zu regnen Das ist das einzige Was wirklich übertrieben aufregt Weil da kann man echt nichts machen am Tag Oder wird es dunkel? Dann ist es ein Skelett Ach, Freunde Ich werde das ganze cutten Bis es aufgehört hat zu regnen Und bis es wieder Tag ist Damit es nicht ganz so langweilig wird, Freunde Ah ne Es ist ja nochmal Tag geworden, Freunde Ja, dann willkommen zurück Na, auf jeden Fall Also es hat noch jahrelang geregnet Und ja Gott sei Dank Die ganzen Skelette sind am verrecken Elendig am verrecken Genau so soll es sein Und wir sammeln die Pfeile hier ein Und holen unseren Stuff wieder Aber sowas von, Freunde Das kann ja gar nicht angehen Was uns da wieder fahren Ist mal wieder Ganz viele Creeper Aber die Spinnen Die greifen uns ja eh nicht an Creeper sind eigentlich Rain Solange wir uns nicht runterkicken Kommt der jetzt? Ja, er kommt Okay Auf Wiedersehen Okay Da Liegt da jetzt echt nichts mehr, Freunde Ist der Rest runtergefallen? Nein Das ist überhaupt gar nicht gut Was war denn da jetzt noch alles? Holz auf jeden Fall Ja, unsere Rüstung ist am Arsch gegangen Der fickte Scheiße Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage Aber die Kanickel, die können wir eigentlich mal umbringen Herr Kollege Bleibt mal stehen Bleibt mal stehen, Kollege Danke Wow Ein Kaninchenfell, super Die Kiste hat mir Alter Das war auch mal wieder Glück Aber so kriegen wir auch ein paar Blöcke Ist natürlich auch sehr nett Also Cool, dass wir noch nicht mal eine Spitzsacke haben Ich vollpfosten Okay Neuer Plan Spitzsacke machen Ich weiß nicht Soll ich ein paar Mobspawner Also es ist schon krass Man muss zugeben, dass es viel zu viele Mobspawner sind Das hat ja echt ein bisschen Scheiße gemacht Aber ja Ich weiß jetzt auch, wie man Samen kommt Tatsächlich Einfach Knochenmehl aufs Gras platzieren Ich vollpfosten Also Manchmal verliert man halt irgendwie Dieses Grundwissen in Minecraft Wenn man es nicht mehr so oft zockt Einfach so Im Survival-Modus ehrlich gesagt Das mache ich ja eigentlich nicht oft Nur für Hintergrund-Gameplays Mache ich das ab und zu mal Ja Mehr auch ehrlich gesagt nicht So Wollen wir das Holz noch schneiden hier ab? Weil ich brauche eine Spitzsacke Wir müssen auch mal wieder in Kohle kommen Deswegen machen wir das auch mal schnell So Eigentlich brauchen wir noch eine Werkbank to go Komm, dann machen wir uns die mal eben So Zack Damit wir uns schnell eine Spitzsacke machen können Dann machen wir die auch wieder ab Damit wir wirklich immer eine dabei haben Bisschen schneller bitte So Damit bauen wir uns jetzt noch nach oben Wir hätten uns noch eine Schaufel machen müssen Scheiße Oh Mann, Freunde Also Es ist echt manchmal nicht in Worte zu fassen Ja, ja Egal Wir packen das schon Achso Okay Ich dachte schon Da wären noch irgendwie Wären noch irgendwelche Überreste von uns Aber so dem ist auf jeden Fall nicht so So jetzt machen wir uns noch eine Schaufel Zack Die bauen wir direkt wieder ab Ich hoffe einfach mal Dass es nicht mehr anfängt zu regnen Dann habe ich echt keinen Bock drauf Dass es immer so schnell anfängt wieder zu regnen Ihr habt es ja gesehen, Freunde Das war Innerhalb einer Millisekunde War es auf einmal Patsch, Patsch, Patsch Regen, Donner, Gewitter Alles Richtig schlimm auf jeden Fall Eigentlich müssen wir hier die ganze Insel noch ausleuchten Aber Das sparsch mir jetzt einfach mal Wir gehen jetzt einfach direkt da hoch Und mehr müssen wir hier eh nicht machen Denke ich mal Von daher Alles easy Boah Krass, scheiße Höher als ich dachte Hier oben sind wir dann auch eigentlich safe, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen Wir haben einen guten Safeplatz auf jeden Fall Für uns Hier können wir Betten dürfen wir ja nicht platzieren Schade So Ganz viel Eisen Da ist Gold Oh, das sind tatsächlich die Erst drin Ich habe es mir irgendwie schon gedacht So Können wir jetzt leider noch nicht abbauen Das Farakte Auch ganz stark Kohle Kohle ist jetzt gerade mal echt wichtig So Also es ist tatsächlich nur so ein Erzknoppel anscheinend Aber hier kriegen wir richtig viel Kohle Das ist super Ich sehe gerade da hinten auf die Inseln Müssen wir auch noch Wieder schaffen wir das noch Ich denke aber eher nicht Obwohl ich muss den Cut ja noch mit abziehen So Zack Ganz viel Kohle Ganz viel Kohle Ich will das auf jeden Fall noch mit der Pilzkuh machen Das ist Das will ich wenigstens noch schaffen Und wir nehmen es noch wenigstens noch das Eisen ein bisschen mit Ich dachte, ich hätte eine Kiste gesehen Schade, schade So Dann gehen wir mal wieder runter Und machen Ein kleines Gehege Wo die Pilzkühe reinkommen Und Dann haben wir wenigstens eine Nahrungsquelle Dann ist eine Sorge auf jeden Fall schon mal komplett verschwunden Bin ich super Muss ich zugeben Da kann ich mir selber mal auf die Schulter klopfen Ausnahmsweise Einfach schon zwei Tode In drei Folgen Ja Egal Ich kann es nur jedem empfehlen Die Map einfach mal selber zu spielen Das war gerade dunkel sehe ich Dann Erst spielen Und danach meckern Okay Einfach mal ein bisschen fär zu bleiben Wir brauchen was zu essen Eigentlich gerade Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen Das machen wir mal als erstes Hier so Oh Da wollte ich nicht dran Dann kommt das mal kurz raus Knallen wir da mal fünf rein Und zack Das kann dann auch da rein Okay Jetzt brauchen wir noch Sticks Für Den Zaun Ach der ist ja direkt hier vorne Ich bin es voll Reicht das Ich weiß es nicht vorne Wo machen wir es hin Wo machen wir es hin Hm Okay Machen wir hier ein bisschen Platz Ein bisschen Erde weg So Ein Ingenwoll So Dann denke ich mal Dass das hier hinpasst Oder Machen wir mal so Das ist jetzt ein bisschen doof Weil ich hier natürlich rüberklettern kann Alter Wie dumm war das Wir brauchen ein Stick mehr Äh ein Zaun mehr Sorry So Ach so Dann machen wir es einfach anders Damit die nicht da rauskommen Machen wir einfach ein Block hin Cool Challenge Auf jeden Fall Geschafft Oh Freunde Was ist denn hier los So Jetzt nehmen wir lieber ein Spawn Eier Die kommen dann hier rein Jetzt brauchen wir natürlich wieder Holz Ne Da ist natürlich noch Holz Super Freue ich mich Dass der Baum dann auch mal gewachsen ist Vielen Dank Dafür Du fällst auch noch fast runter Mann Bist du denn lebensmüde So Dann können wir es jetzt nämlich Ganz viele Schalen machen Oder Schüsseln Er hat gesagt Warum sag ich noch mal Schalen So So Können wir die eigentlich auch so schon machen Nein Scheid nicht Dann müssen wir das an der Bergbahn machen Bergbahn Bergbahn So Ja Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal erledigt Können wir uns hier auch da rein knallen Hier Haben wir auf jeden Fall schon mal eine unendliche Nahrungsquelle Das ist ja auch schon mal Super Okay Dann korrigieren wir das gerade mal hier Ähm Was wollte ich machen Genau Korrigieren So Kommt hier noch Auch noch ein Zaun hin Aber das machen wir anders Dann mit den ich da raus jumpen Ach Gott sei Dank Freunde Das wäre jetzt bitter geworden Zack Super Dann kriegt ihr auch noch ein schönes Fackelchen So Da freuen wir uns natürlich Dann kriegt das noch hier Ja Dann machen wir das ja auch noch mal ein bisschen schöner So Um dann auch noch total produktiv zu sein Nehmen wir jetzt einfach die Knochen Ganz ehrlich Scheiß mal auf Wölfe Freunde Und dann machen wir uns Oh mein Gott Wo ist es denn Hilfe Hier So So Knochenmehl Okay Brauchen wir nur noch Natürlich Natürlich Ist ja klar Das ist ja klar Dass jetzt nichts rauskommt So Kann es sein Wieso kommen jetzt keine Samen raus Aha Vielen Dank Bin ich das eins Das reicht ja fürs Erste So So Noch einer Blumen können bleiben Das macht die Insel natürlich ein bisschen schöner als Homeinsel Ne Jetzt machen wir uns noch eine Hacke So Dann haben wir doch mal was geschafft in der Feuer Hier kommt ein paar Hacke noch hier rein Jetzt habe ich die Hacke da reingetan Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann So Hacke 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 Die Samen essen sogar vier Krasse Scheiße Mann Eins Zwei Drei Vier Facke nochmal alle weg Ja Freunde Ich denke mal Dann war es das hier auf jeden Fall für die dritte Folge Ich hoffe dass es euch trotzdem gefallen hat Trotz des Todes hier War natürlich wieder total bitter Aber ich denke mal dass wir das ganze noch relativ gut gerettet haben Wir haben jetzt noch endliche Nahrungsfälle Haben wir ein paar Samen hier pflanzt Das ist natürlich auch super Können wir uns mit Weizen machen Können dann noch ein paar mehr Pilzkühe machen Vielleicht noch ein paar normale Kühe Um dann auch richtiges Fleisch zu bekommen Und falls es euch gefallen hat Würde ich mich wie immer sehr über den Daumen nach oben freuen Und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge Von Creepers Revenge wieder Freunde Bis dahin Auf Wiedersehen Bis dahin